Okay und jetzt geht's hier weiter in Part 67 und hier sind ein paar Sachen, die mich ein bisschen verwirren. Einmal hab ich in YouTube irgendwie 2000 Klicks verloren oder so und hab irgendwie Minusklicks gemacht. Sehr sehr merkwürdig und was noch viel 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 merkwürdiger ist, wenn ich hier auf das Journal klicke, da hab ich kurz mal drauf gedrückt eben, um zu schauen wie hoch meine Playtime ist. Ich hab ja 66 Parts schon fertig und 6 Stunden, äh 6 Parts sind 1 Stunde. Das bedeutet, ich müsste eigentlich 11 Stunden am Let's Play schon dran sein, aber hier bin ich erst bei 10 Stunden und 4 Minuten. Hmm, ich hoffe, dass ich keine Parts doppelt hochgeladen hab oder so, dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein, weil ich die ja immer wieder, ja, neu gerendert hab und, ähm, natürlich dann auch gelöscht hab, weil ich kann die Rohdateien nicht auf meiner Festplatte behalten. Ich hab praktisch nur 1 Terabyte für die Rohdateien und die muss ich immer wieder löschen und hab auch verschiedene Profile gemacht in meinem Vegas. Nun gut, aber ich denk, das ist einfach ein Fehler von der Uhrzeit hier im Game und das in YouTube. Das ist halt einfach ein Fehler von YouTube, äh, weil Minusklicks können wir ja eigentlich gar nicht generieren. Wollte mich zumindest wundern. Ähm, dann gehen wir jetzt weiter in den Dungeon. Und ein kleiner Ladebildschirm. Hm, aber dass die Playtime nicht stimmt. Was kann da los sein? Ah, vielleicht liegt's an den Ladebalken, dass die Ladebalken nicht in die Playtime reingehen. Dann hätte ich eine Stunde nur geladen. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Und hier geht's weiter. Oh, ich bin erst Flur 25, also... Ah, wann ist Ende? 30? 30 ist eine schöne glatte Zahl. Das wird dann wohl bestimmt gut sein. Okay, gehen wir mal weiter. Jetzt müssten wir theoretisch Flur 26 sein. Und ich muss sagen, ah, das Display läuft ganz gut. Zwei Tage sind schon komplett hochgeladen mit 24 Parts. Und, äh, der heutige Tag, den werd ich auch schaffen. Aber wie lange wird das Display noch dauern? Ich hab mal geguckt, Playtime-technisch. Ähm, ein Durchschnitt liegt bei 16 Stunden ungefähr. Schnell soll man's schaffen in 10 Stunden und ganz, ganz langsam in 26. Und wenn ich 26 brauche, dann, äh, dann wird's echt übel. Denn dann wird das sogar noch die Zeit überschreiten, die ich mir da vorgenommen hab. Und dann würde sogar der Upload, den ich hab, nicht reichen. Okay, gucken wir uns aber hier um. Hier sind wieder so ein paar von den kleinen Monsterchen. Uh, das ist ein Skelett aus dem Ding da rausgekommen. Und da kommt meine Skelett-Armee. Und ich find den Flammenschutz hier sehr effektiv. Kann man ruhig sagen. Bumm, Bumm. Oh, drüber ich mir aber noch Gedanken mache, ist, ähm... Gibt's irgendeinen Zauber, der einen unsterblich macht? Wenigstens für 5, 6 Sekunden oder so? Dann könnte man ja, weil ich so viel Schaden habe, Endgegner, denke ich, relativ schnell weghauen. Besonders in der Zeit der Unsterblichkeit sozusagen. Laufen wir hier drüber. Schießen wir einfach mal da runter. So, mein armes Tier wurde jetzt hier aufgespießt. Und ganz wichtig, Abstand halten von den bösen Kisten, die einen immer umbringen. Da war auch nichts drin, was mich umgebracht hätte. Da noch so ein kleiner Mann hier. Unten ist eine Sackgasse. Okay, müssen wir weiter hoch. Flur 26. Oh, da ist ein Goldener. Da war ein Goldener. Und ich habe wieder Fame bekommen. Ah, ich kaufe mir das hier neben mir und den Mana-Trank natürlich. Hier ist nichts mehr. Oh, hier ist schon wieder ein Goldener. Oder auch nicht. Bist du schnell gestorben eigentlich für Gold. Ah, erstklassiger Mana-Trank. Das, das, das. Hier noch ein bisschen Gold hinter dem komischen Laternenmast oder dem leuchtenden Ding. Na, komm, geh weg. Und Mana-Verbrauch sieht gut aus. Regeneriert sich schnell genug. Das heißt, der eine Punkt in den Masteries hat sich da gelohnt. Okay, da kann man runtergehen. Das heißt, wir müssen erst hier gucken. Ah, wieder diese Zombies, die ärgern mich sicher meist mit ihrer Giftwolke, die da jetzt gerade nicht rauskommt. Und immer noch volles Leben. Darunter schießen dürfen wir ja leider nicht. Ah, muss ich kurz noch hier meine Zeit messen, damit ich weiß, wie weit ich bin, wie weit ich laufen muss. Okay, und hier haben wir... Ah, so ein flammes Schwertchen wieder. Und ein Mana-Trank. Und noch ein Mana-Trank. Hier sind ein stinke Zombie. Ah, passiert nichts. Hm, die platzen irgendwie nicht mehr, so wie immer. Oder sonst. Halt. Okay, und dann gehen wir jetzt hier... Erstmal nach links. Das Ding ist kaputt. Anruf an Geist. Ich dachte, der wäre auf der oberen Ebene. Aber doch, mein Mana verbraucht es noch relativ hoch. Aber es hält sich in Grenzen, auf jeden Fall. Ah, nee, es geht. Es geht sehr gut eigentlich. Es geht sehr gut. Die zwei Mana-Rekta pro Sekunde reichen, um hier gut voranzukommen. Ich sehe ja hier praktisch, wie das Mana einfach hochploppt. Und das geht wirklich, wirklich schnell. Also, das war's erst mit Mana-Problemen. Werd ich wohl die Dinge auch nicht mehr brauchen. Und das heißt, ich werde jetzt mehr auf Defense gehen, damit ich nicht so schnell umfalle. Weil ich glaub, von den Schadensattributen ist da nichts mehr vorhanden. Na komm, fall um. Uh, es kommt hier. Noch so ein Skelett. Und damit noch einen Gesundheitstrang. Ja, nehmen ihn auf. Ich kann wieder hochschießen und ein bisschen Schaden machen. Oh, das ist natürlich ein schlechter Schuss. Machen wir es so. Da haben wir den auch weggeräumt. Hier geht's dann wieder hoch. Und, ja gut, guter Schaden auf jeden Fall. Und hier noch eine Truhe. Ist die böse? Ja, natürlich ist die böse. Ich hätte gerne auch eine Truhe. Als Pad. Ich find die, die sind echt stabil. Hier haben wir so ein Amber-Core. Und hier können wir ja die Basiliska abfeuern. Wir müssen aber gleich erstmal noch da hochgehen. Und hier wurde nichts getroppt. Schießen wir mal da einmal hoch. Dann sind die auch weg. Schießen wir das Ding mal ab. Und da war kein Gegner. Auf mir den Gang noch her. Ah doch, da waren doch Gegner. Aber, ja. Hat nichts ausgemacht. Uhr sieht schlecht aus. Hier komme ich sehr wahrscheinlich weiter. Ja. Hier sind zu viele Gegner. Hier kommt man weiter. Gucken wir noch kurz hier oben. Ja, ist ein riesiger Raum. Hier ist noch ein Händler. Oh, oh, oh. Ich hab nur gehört, dass die Falle ausgelöst wurden. Das hab ich gar nicht gesehen. Hab da gar nicht hingeguckt auf den Boden. Pjuu. Ja, super. Vergeltung. Hm, okay. Ja, da wird das Target wohl verzaubert. Und rastet dann ein bisschen aus. Und hier kann ich Zombies kriegen. Das hört doch auch mal nicht schlecht an. Vielleicht hole ich den mir sogar selber. Muss ich gucken, wo hab ich denn überhaupt noch einen Platz frei, um den zu wählen. Mach ich noch die 3, 4, 5. Obwohl ich dieses hier, dieses Leben wiederbekommen ziemlich schlecht finde. Bringt irgendwie gar nichts. Ah, und Stufe 15. Das hört doch ganz gut an. Kaufen wir die einfach mal. Und wir canceln. Ah, der Frost ist natürlich auch total beschissen. Ups, da leider sowas nicht geplant. Ah, okay. So ging das. Jetzt muss ich hier natürlich wieder meinen Skill auswählen. Ähm. Hier holen wir erstmal die Zombies rein. Und... Mein Explosionsschuss. Achso, das geht ja auch so. Nehmen wir so wieder auf. Gucken wir noch kurz. Uh, wir haben nicht auf den Dornen wieder stehen geblieben. Ist nichts passiert. Glück gehabt. Aber ich glaube, die machen auch gar nicht immer Schaden. So, meine Theorie. Ja, da oben geht's, denke ich. Ja, hier kommt noch ein Raum. Da geht's ziemlich weit weiter. Ziemlich weit weiter. Oh Gott. Ähm. Dann gehen wir lieber hier unten her. Und laufen mal schnell. Dürfen ja nicht so viel Zeit verlieren. Und machen wir hier wieder ein bisschen langsamer. Hier können jetzt der Gegner kommen. Hier ist noch Clear. Und hier müsste ich dann auf die obene... Äh, auf die Ebene da drüber kommen. Auf die obere Ebene. Aha. Au, da leben noch welche. Haben's überlebt. Okay. Stadtportal. Identifikation. Ich könnte ja mal just for fun meine Zombies hier bauen, um zu gucken, was passiert. Aber irgendwo, wo es sich lohnt, vielleicht... Ah, da ist schon wieder so ein Hebel. Okay, dann wird hier wieder ein Geheimgang irgendwo kommen. Die Zombies hab ich jetzt auf der 4. Okay. Eine unkontrollierbare Zombie-Armee. Was ist das? Das Eizombie. Äh. Ich dachte, ich hab jetzt hier eine ganze Legion an Zombies. Ja, das ist wieder ein cooler gewesen. Der wieder Fame brachte. Mein Pet hat sich wieder hier, ja, verhakt. Chillt jetzt da wieder irgendwo. Ich hab jetzt hier ein paar Mal. Ich hab jetzt hier ein paar Mal. Ich hab jetzt hier ein paar Mal. Untertitelung des ZDF, 2020